hallo und herzlich willkommen bei techbros im heutigen video das unboxing zu anthem das ist jetzt vor ein paar tagen erschienen usk ab 16 wie ihr sehen könnt das schon seit geraumer zeit in aller munde und jetzt haben wir das spiel vor uns packen wir das ganze mal aus nach einer bioware wie ihr hier lesen könnt kommt wieder die scheiß folie die wir abziehen müssen also hier haben wir drauf stehen wie ihr sehen könnt ein spieler mindestens 50 gb an speicher wird benötigt was jetzt in der heutigen zeit standard ist voll ad ausgang ist klar unterstützt remote play sprich ihr könnt es mit eurer ps vita zocken wobei ich sagen muss man kann die ps vita irgendwie nirgendwo mehr kaufen das stört mich ein bisschen ich wollte mir eigentlich eine zulegen aber muss halt mal gebraucht schauen wenn wer was weiß schreibt es mal in die kommentare für die playstation 4 pro optimiert und ja das ganze hat ist ausgezeichnet für über 90 awards wie ihr sehen könnt darunter bestes action spiel und ja wir sind ziemlich cool schauen wir mal was sich in der box befindet ob noch irgendwas dabei ist hier haben wir willkommen in anthem so ein kleines beipackzettel ist da irgendwas dabei steht nur was von den entwicklern und hier wieder diese gebrauchshinweise auf der im inlay habt wir auch nur komischen gebrauchshinweise wieder stehen und hier haben wir die disk ist die genau dasselbe wie vorne nein etwas anders gehalten wie ihr sehen könnt sieht ziemlich cool aus ich stehe total auf blau und hier verschiedene blautöne hier haben wir das pegi logo usk logo ist auch mit aufgedrückt und ja schaut mal in die kommentare ob ihr das spiel auch zockt da gibt es verschiedene gemüter also die wer es alles zockt schreibt sie mal hin wird mich echt mal interessieren wie viele das ganze jetzt spielen werden und dann soll es hier von diesem video gewesen sein bis zum nächsten mal haut rein und ciao ja 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 ja